Warnung! Dieses Video kann Fakten oder Spoilern halten. Also anstehen auf eigene Gefahr. Moin moin ihr Filmjuckies und herzlich willkommen zu der Versus Review von ESD von 1990 bis weiter um 17. Die entstammen ja einem Roman von Stephen King und es ist natürlich ein Weltbestseller, ist natürlich klar. Dann guckt euch erstmal vorher den ersten Teil an. Der erste Teil ist natürlich sehr wichtig, vielleicht zu verstehen, was überhaupt in dem neuen Teil vorkommt und wer also keine Lust hat auf das Buch oder so weiter. Fangen wir an mit der Review, würde ich sagen. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, es würde mich sehr freuen und viel Spaß beim Video. Ja, dann kommen wir erstmal zu dem Punkt Drehbuch. Das Drehbuch ist auf jeden Fall bei beiden Filmen ganz anders wie beim Roman. Ich habe das so ein bisschen verglichen und beide beginnen trotzdem mit der George-G-Szene. Das ist ja wohl die wohl bekannteste Szene überhaupt in diesem Film und das ist halt der Georgie mit seiner gelben Regenjacke. Und beide haben auch ganz verschiedene Zeitzonen. Also der Roman spielt ja 1958, der 1990-Film dreht ja 1960 in der Zeitzone und der neue ist halt ganz anders, der spielt 1988. Wobei, wenn auch der neue S eine Neuverfilmung ist, spielt der trotzdem linear einfach nur mit den Kindern, weil der alte spielt halt gemischt und kann sehr komplex sein. Also, da ist so ein bisschen mehr erstmal der andere im Vorteil, der neue. Ja, bei dem neuen S 2017 erfährt man auf jeden Fall viel Hintergrundwissen. Allein von den ganzen Charakteren und so weiter bekommt man viel, viel mehr Feedback. Und es gibt auch natürlich eine Thematik, die man ja auch dem alten S gesehen hat. Diese Thematik mit diesem Fliegen. Ihr kommt hier runter, wir fliegen alle zusammen. Das wird ja auch auf jeden Fall aufgelöst und das finde ich richtig gut, weil man konnte sich das halt nicht vorstellen bei den alten S. Und das ist wirklich so ein Roman, wird es aufgelöst und natürlich auch jetzt in den neuen. Der neue ist auch einfach neu interpretiert. Also es kommen auch viele Sachen vor, die im Roman nicht waren. Weil man hat ja auch sich damals, sagen wir mal, bemängelt, halt dass der alte Film, der sehr abweicht von der Vorlage. Und ich muss auch sagen, was ich so gesehen hatte, den neuen S ist einfach wirklich sehr gut umgesetzt worden. Es ist wirklich auch von der Geschwindigkeit, vom Pacing sehr gut. Und es bietet halt einfach sehr, an der Romanvorlage ist es einfach sehr stark angelehnt. Und wenn es auch bis neu interpretiert ist. Man erfährt nämlich auch so, dass sich halt der Dämon erst einfach von der Angst ernährt. Und es ist einfach nicht eins zu eins kopiert von dem alten Teil, was ich sehr gut finde. Ich sage ja auch diese Linearität von den Kindern, dass man halt diese Kinder erst mal nur gesehen hat. Finde ich viel besser als dieses Gemischte. Diese Coming-Age-Story-Anteile sind einfach sehr gut umgesetzt. Und machen auch sehr viel Spaß. Auch wenn der Regisseur André Ebenbus Gert hier einfach auch die Zähne rausgelassen hat, mit der Orgiel zwischen Clip the Loser, ist es trotzdem immer noch ein Punkt für den neuen S 2017. Der alte wurde ja halt von dem Regisseur Tommy Lee Wallace gedreht. Da wird es halt leider kein Punkt für ihn. Ja, da kommen wir natürlich auch zum Thema Pennywise. Also ich muss sagen, der alte Pennywise ist ja halt so ein bisschen dieser klischeehafte Clown, der einfach so klar komisch ist. Also hat Komödienanteile und ist aber auch sehr creepy in der Sache. Also Tim Curry allein verkörpert ja halt diesen Clown Pennywise. Und ich muss sagen, das verkörpert er so gut mit so einem geilen Retro-Vintage-Charme, dass das einfach fast nicht zu toppen ist. Dadurch wurde er auch halt zur Horror-Ikone. Wenn man auch den Film nicht gesehen hat, musste man einfach nur die Anfangsszene mit Georgie sehen und mit Pennywise mit seinem Ballon. Ich bin der tanzende Clown Pennywise. Da wusste man, das ist eine Horror-Ikone. Und ich muss sagen, man sieht ja halt dieses weiße Make-up halt mit der roten Nase. Es brauchte kein CGI, um überhaupt die Leute zu gruseln. Wobei der erste Film nicht gruselig ist. Das ist einfach so ein bisschen mehr auch flüssig gemacht, aber ein bisschen auch so ein paar Creepy-Elemente. Der neue dagegen, gespielt von Bill Skarsgard, ist halt so wirklich, hat nicht so viele Sprechrollen in diesem Film. Aber was er dann so sagt, weil ich mochte auch diese tiefe Stimme von Tim Curry, ist es einfach wirklich so, der ist schon ein bisschen, ja, in der Sache gruseliger. Kommt auch näher wohl der Romanvorlage, wie ich das so gehört hatte. Und man sieht hier einfach, dass der von dem Make-up, natürlich auch ein bisschen CGI und so weiter, aber manchmal, wenn das so vorkommt im Film, einfach so ein bisschen doch schon gruseliger ist. Aber trotzdem verliert er gegen Tim Curry, weil Tim Curry hat den Pennywise so was von geil gespielt. Der andere ist halt sehr schlagsig, spielt natürlich den so ein bisschen, wenn er dann aufsteht und ein bisschen seine, ja, Arme so dreht und so weiter, ist das schon halt creepy. Aber trotzdem ist das einfach, Pennywise ist halt Tim Curry. Und das ist einfach, da geht der Punkt einfach an, Tim Curry als Pennywise von 1990. Ja, da kommen wir zum Thema Effekte, blutige Zähne und was halt dazu gehört. Also die Visierenden-Effekte, die waren ja damals in der TV-Serie, also den Mini-TV-Teiler von 1990 kaum gewesen. Also wenn, dann war das wirklich Vigie-abhängig eine Grütze. Also das Ende von Ass ist wirklich so, halt sehr Trash-mäßig. Ist es okay, ich mag sowas gerne. Ich habe auch damals natürlich, sag ich mal, so welche Filme geguckt, wie Evil Dead und so weiter, finde ich sehr cool. Aber das muss man halt mögen und das war aber zu der Zeit auch eigentlich gut umgesetzt. Es ist kein Hollywood-Film, muss man auch bedenken. Aber was sie da gemacht haben, ist nicht schlecht. Man durfte trotzdem nicht so viel nackte Haut zeigen und aber es war auch nicht blutig. Also es gab auch kein Blut damals in den 90ern in diesem Film. Aber trotzdem sind natürlich diese Waschbecken-Szähne, die Dusch-Szähne und halt so gesehen, ja, Tedler Pennywise, der trägt ja den ganzen Film. Wenn man aber natürlich den neuen Teil nimmt. Das ist einfach, der Clown ist sehr creepy, die CGI-Effekte sind soweit alles wirklich sehr gut umgesetzt. Manche Szenen sind halt wirklich visuell. Da denkt man auch, ja, könnte man besser umsetzen können. Auf dem war es auch budgetabhängig nicht möglich. Aber trotzdem, manchmal war das wirklich nicht schlecht gemacht. Wobei, es war nicht gruselig. Also ich muss sagen, da waren sehr viele Jump-Scares drin gewesen, aber es war nicht gruselig. Aber da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, nämlich natürlich klar. Aber wir gehen da ein bisschen ein, so was für den Clown angeht, von den Augen, von Pennywise, die ganzen Monster und so weiter, auch diese ganzen Kulissen. Es war vom CGI, von den Visuellen Effekten echt nicht schlecht umgesetzt, muss man sagen. Und darum geht der Punkt einfach an den 2017-Film. Dann kommen wir zum Thema Schnitte. Schnitt auf jeden Fall gab es 1990 fast natürlich welche auch. Da waren auch ein paar, was heißt Jump-Cuts, das waren eher natürlich ganz normale, die man damals kannte. Es war halt, man baut ja diese Jump-Cuts auf, um Spannung zu erzeugen. Sowas gab es damals natürlich auch schon. Aber es war natürlich, wie sagen wir mal, in Alien und in anderen Filmen, was letztes Mal auch einer angesagt hatte, einfach viel besser umgesetzt. Ist halt ein Hollywood-Film. So, vieles wurde damals gemacht mit Close-Up. Die Close-Ups waren natürlich dann nicht so mega geil gewesen. Aber trotzdem muss ich auch sagen, ich will den Film ja auch nicht schlecht machen. Ich finde immer noch, ist es ein Kult-Film, der aber natürlich auch altbacken geworden ist. So, nimmt man natürlich aber die Schnitte von heute, das kann man ja auch gar nicht vergleichen, ist natürlich hier 2017 erst einfach natürlich gut gemacht in den Jump-Cuts. So, mit den Jump-Scares wollten sie natürlich versuchen, diese gruseligen Momente über umzusetzen. Es war aber halt manchmal auch zu vorausschaubar, dass man sich erschrecken konnte. Manche haben sich erschrocken. Ich bin halt einfach wirklich mega abgestimmt von solchen Sachen. Ich habe so viele Horrorfilme schon geguckt, wo ich sagen würde, ja, er war ein bisschen creepy. Für mich war er nicht gruselig. Für natürlich 16-Jährige war er wahrscheinlich schon ein bisschen gruseliger. Also, ich muss sagen, es ist halt so ein moderner Horrorfilm, klar, der aber mich trotzdem überrascht hat in den Schnitten und von den Kamerafahrten. Da muss man einfach sagen, der war schon nicht schlecht. Und deswegen gibt es noch einen Punkt an den neuen S 2017. Die Kulissen damals, das war ja auch so trotzdem schon eine Vielfalt, was man gezeigt bekommen hat. Man hat ja immer halt die Kinder gesehen, immer von deren Standpunkten. Halt war das so aus von Beverly. Dann war man draußen in diesem Wald gewesen, bei diesem Damm. Irgendwann haben sie sich ja bekämpft mit dieser Clique, so um diesen Henry Bowers. Und das ist trotzdem schon gut gewesen. Man hat eine Reichvielfalt an Kulissen gehabt. So, und diese Kostüme auch dazu waren auch gar nicht ganz cool umgesetzt. Klar war es noch Klischee gewesen von den Bösenwichten. Da kommen wir aber gleich zur Charakterentwicklung. Und ich muss auch sagen, es war für den 90er-Film nicht schlecht. So, kommen wir aber auch zu Kulissen von dem neuen Teil. Da ist dieses Creepy House, sage ich mal. Dann hat man natürlich auch die Schule. Man hat wirklich dann auch da hat man den Wald, wo das weitergespielt wird. Also man hat auch eine Stelle, dass es hier diese wohl bekannteste Kulisse, die gab es schon in sehr vielen anderen Filmen, da wurde auch gedreht. Und das fand ich auf jeden Fall, ich glaube, man hat gedreht immer vorher bei Sleepy Hollow und so weiter. Also, es ist echt, muss ich sagen, der 2017 hat natürlich auch sehr viele Kulissen. Nicht nur Einheitsbrei, wie man es manchmal auch so kennt, halt nur da war es und da war es und da war es. Es ist wirklich was sehr viel abwechslungsreiche Szenen bringt und das finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Wobei, für mich in dem Moment ist es halt unentschieden. Also beide bekommen Punkt. Ja, schauspielerisch ist es auf jeden Fall eine Bombe, muss ich ganz ehrlich sagen. Was die Kinder da abliefern, gerade die kleinen Schauspieler, da ist das wirklich Wahnsinn. Das sind sehr gute jugendliche Schauspieler, die ja so gesehen sich ja mit so gesehen 13 präsentieren und mit 15. So sind die ungefähr in diesem Spielalter werden jetzt gezeigt im Film und ich muss sagen, klar, die Rolle als Billy halt und Beverly habe ich angesprochen und Ben sind halt da auch sehr stark und spielen sehr gut. Im Alten ist es dann wirklich so Beverly und halt Ben, die spielen im Kindesalter sehr gut. Im Erwachsenenalter ist es dann halt Richie und auch die Beverly. Also ihr merkt schon, das ist dann schon sehr unterschiedlich. Da kann man das natürlich nicht vergleichen, weil man hat sie natürlich auch weiterentwickelt und das merkt man halt beim neuen Alice natürlich halt auch an Billy, der einfach wirklich einen starken, starken Part spielt und starke schauspielerische Leistung bringt. Also kann man sagen, dass der Punkt wieder an S 2017 geht. Ja, dann kommen wir zum Thema Filmmusik. Die Filmmusik ist natürlich im alten Teil sehr trashy. Muss man ganz ehrlich sagen, es ist sehr viel Clownsmusik am Start, Zirkusmusik und aber auch so diese normalen trashigen Sounds, die man kennt. Was aber auch die Retro-Charme ausmacht auf jeden Fall. Ich sag ja, ich will den auch nicht niedermachen, der Film ist nicht schlecht, aber da kommen wir ja am Schluss zum Fazit dazu. Es ist halt ja so ein bisschen mehr analytisch. Und der neue Teil, der ist wirklich so richtig cooler Soundtrack. Ich muss sagen, sehr creepy gemacht, wobei, wenn nicht so viel Zirkus- und Clownsmusik vorkommt, ab und zu mal auch so ein bisschen dieses Sounds von Jigsaw, dieses Kinderlachen und so weiter, ist halt sehr creepy gemacht eigentlich so, passt auf jeden Fall sehr gut rein, macht auch dann so wirklich so die Jumpscares auch noch perfekt. Aber ich muss sagen, die Filmmusik ist auf jeden Fall der Soundtrack im neuen Teil richtig gut umgesetzt und deswegen gibt's natürlich auch einen Punkt für S 2017. Ja, somit kann ich sagen, punktemäßig gewinnt der neue S 2017, das habt ihr ja schon jetzt gemerkt. Aber es ist natürlich klar, es ist eine würdige, würdig, würdige Umsetzung von dem Stephen King Roman, das hat auch selber der Stephen King gesagt, er ist begeistert von dem Film, das zeigen auch die ganzen Zuschauer, weil er ist in Deutschland angelaufen und es würde ich lieben, die Leute lieben halt den S 2017 und es wird wohl der beste, beste Kinostart sein Lang werden, er wird wahrscheinlich den Exorzisten vor den Thronen hauen und ich bin mal gespannt, er hat's auch wirklich verdient. Es ist wirklich kein 0815 Film und deswegen gibt's von mir auf jeden Fall für den neuen S einfach eine 8 von 10. Fältig. Der Gefühl mir auf jeden Fall fand ich enttäuscht. Viele werden wahrscheinlich diese Thematik nicht erkennen, deswegen sag ich auf jeden Fall den Roman lesen oder halt den ersten Teil. Damit versteht ihr auf jeden Fall den Film besser, weil es gibt sehr viel Fanservice und natürlich aber auch einen sehr gut gemachten Horrorfilm. Ja, der andere Film ist natürlich sehr retro, vintage, hat aber auch sehr gezeigt, dass er eine Horrorikone ist von 1990 und der TV-Teiler ist nicht schlicht umgesetzt, weil nicht beides umgesetzt wird. Man kriegt ja die Geschichte von dem ersten und dem zweiten Teil und man ist wirklich so, dass der Film seinen Hauptpunkt natürlich bei den Kindern hat. Der erste Teil ist sehr stark als der zweite Teil. Man hat aber auch gemerkt, dass das Budget ging beim zweiten Teil auch mehr weg und das sieht man auch an den Effekten. Und deswegen ist der Film aber auch manchmal auch ein bisschen zäh, man hätte mehr in den Pottel kommen können. Also er ist natürlich vom Pacing, von der Machart, wie man ihn dreht. Also manchmal auch sehr langweilig. Die Laufzeit ist halt drei Stunden, bei den neuen sind zwei Stunden. Man merkt halt wirklich, dass der alte schon zäh ist. Aber trotzdem ist das für mich ein schöner Film, den man sich angucken kann und deswegen kriegt er auch von mir eine 6,5 von 10. Ja und es ist auch bekannt geworden, auf jeden Fall in letzter Zeit, dass der Regisseur Andres Muschetti wieder den zweiten Teil drehen wird. Ja, es wird den zweiten Teil geben, weil der Film war natürlich auch sehr erfolgreich und das war auch geplant gewesen und das Drehbuch wird wohl im Januar 2018 führlich sein und dass man dann mit 2019 halt den Kinostart hat, auch wieder September 2019 und es wird halt darum gehen natürlich um die Erwachsenen. Es wird aber trotzdem so ein bisschen verraten, dass man Flashbacks bekommt. Man bekommt Rückblätten zu den Kindern, also wie bei einem Teil, weil er wollte das nicht so haben, jetzt bei dem ersten Teil, man sollte sich halt mehr auf die Kinder konzentrieren und so wird das dann anders sein. Man kriegt dann halt, weil die Kinder das ja vergessen, die ganze Erinnerung an dem Clown Pennywise, so wird es auch den zweiten Teil sein, aber es soll ja auch so sein, dass es halt eher eine Neuinterpretation ist, dass vielleicht der Mike, der eigentlich in Derry geblieben ist, die anderen sind ja alle fortgegangen, dass er vielleicht ein Junkie wird. Also ich bin sehr gespannt, wie er das umsetzt und ich freue mich schon auf 2019, wenn dann halt der Kinostart ist von S 2019 wahrscheinlich dann, also Teil 2. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne dem Video ein Like nach oben und dann sagt mir in den Kommentaren, wie ihr denn die beiden Filme fandet und ja, was ihr zu dem zweiten Teil sagt, der uns 2019 rauskommen wird und dann würde ich sagen, weil ja auch schon das andere Video so gut ankam und das hoffe ich mal auch so gut ankommt, habe ich mir ja halt gedacht, das wird ja hier ein Start für ein Oktober, Oktober ist ja Halloween und deswegen gibt es halt so eine kleine Stephen King-Wochen und das ist jetzt halt der Startschuss dafür und vielleicht wird es auch noch was anderes geben aber ich habe da richtig Bock drauf ich hoffe mal ihr auch und deswegen werdet ihr noch ein bisschen mehr von diesem Stephen King-Thema sehen und ja, Leute, hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, das für euch zu machen und dann würde ich sagen, ein kostenloses Abo da lassen oder nicht und würde ich sagen, Leute, bis denn und ciao und BAM! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.